Hallo Leute, als ich vor ein paar Tagen mal wieder über deutschsprachige Dawa-Seiten gestolpert bin, habe ich ein Video gesehen, das dem fast die Krone ins Gesicht geschlagen hat. Also ich bin ja nach zehn Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Islam beschäftige, einiges gewohnt. Aber das war auch für mich so ziemlich das Widerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Also warum bin ich denn so maßlos enttäuscht und zweifle hier an der Menschheit? Naja, die mir bekannten deutschen Dawa-Kanäle sind ja fast eingeschlafen und dudeln meist nur banale Plattitüden vor sich hin. Ein Kanal aber, der mir schon wiederholt äußerst unangenehm aufgefallen ist, heißt Iman-TV und hat einen extrem aggressiven Auftritt. Es scheint eine Gruppe in Österreich zu sein, die sich meiner Meinung nach mit den fiesesten und widerlichsten Dawa-Verdrehungen einen Namen gemacht hat. Dort wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen und jeder, der auch nur ansatzweise etwas hinterfragt, wird sofort zensiert und blockiert. Etwas, was ich ja bereits mehrfach belegt habe. Bis hin zu einer eher peinlichen Situation für diese Dawa-Gamben, da ich ja als Stefan strikt blockiert bin. Aber dann eine Frage von mir als Kommentar von meinem englischen Kanal als Steve in einer ihrer Sendungen eigens diskutiert wurde. Jemand, der sich Steve Lamberts nennt, der war jetzt nicht so nett, der hat dich ein bisschen nicht so nett angeschrieben, aber er hat eine Frage gestellt. Ich darf aber nicht persönlich mit denen sprechen. Es ist kein Austausch, kein Dialog erwünscht. Das ist eigentlich schade. Du kannst ab sofort in dem Augenblick, wo ich hier spreche, live Gast in der Sendung sein. Wir sind live und du kannst uns gerne joinen. Obwohl immer wieder so getan wird, als ob man mit Kritikern umgehen kann und dies auch öffentlich tun möchte. Nur wird das dann abgewürgt. Aus ganz viel Angst. Die sind ja auch nur zu viert oder fünft und haben dann natürlich gegen einen A-T-Eisten keine Chance. Das heißt, meiner Meinung nach ist der ganze Kanal, dieses Iman-TV, reine Heuchelei, bestehend aus Täuschen und Tricksen und Angst, ganz viel Angst und Betteln. Andauernd unterbrechen die, um wieder und wieder zu betteln. Und ich sage ganz klar, wir sind auf deine Spende angewiesen. Wir sind auf deinen Dauersupporter angewiesen und auf deine langfristige Unterstützung. Und deswegen frage ich dich konkret, möchtest du uns unterstützen? Möchtest du die Dauer fördern? Wenn die Antwort lautet ja, gebe ich dir jetzt 60 Sekunden Zeit, dass du dir Argumente raussuchst, warum du Iman-TV unterstützen möchtest. Deswegen, nimm dir 60 Sekunden, hol dir noch was zufrieden und hier ist die wertvolle Botschaft, wie du die Dauer unterstützen kannst. Mehr Geld, noch mehr Geld. Wozu arbeiten, wenn man doch beruflich Muslim sein kann? Ohne viel Ahnung, aber umso mehr Dreistigkeit und Unverfrorenheit. Und ausgerechnet die haben ein Video rausgebracht mit dem Titel Aufrichtigkeit. Echt? Es ist schamlos. Ich würde es ja lachhaft nennen, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn ich mal gucke, Aufrichtigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Wenn ich nach einer Definition suche, kommt der eigenen inneren Überzeugung ohne Verstellung Ausdruck geben. Oder jemand, welcher ohne jede List und Falschheit redet und handelt, dessen Tun und Reden mit seiner Gesinnung vollkommen übereinstimmt, der ohne versteckte Nebengedanken und versteckte Absichten handelt. Die Suche nach Wortinhalten bringt mir Vorschläge wie Ehrlichkeit, Integrität, Freimütigkeit, Gradlinigkeit, Offenheit, Unbeugsamkeit, Unkäuflichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. Und das ist auch für mich Aufrichtigkeit. Und deswegen handle ich auch so. Bei ImanTV ist aber genau das Gegenteil der Fall. Das ist in meinen Augen nur Heuchelei, Lügen und Betrügen, Täuschen und Tricksen. Aber das gehört doch einfach nicht zur Aufrichtigkeit. Ebenso wenig wie Zensieren. Und dieser widerwärtige, verschlagene Typ in dem Video, der tut so, als ob das, was sie als Gruppe tun, aufrichtig ist. Und deshalb bin ich so unheimlich enttäuscht. Und sauer, weil da nichts, rein gar nichts aufrichtig ist, sondern genau das Gegenteil. Also absolut alles ist für mich basierend auf Falschheit, was ich dort sehe. Ich weiß, dass der Islam extrem schwach ist und innerhalb von Sekunden platt gemacht werden kann. Deshalb ist die Islamapologetik einfach nur unmöglich. Wenn ich jetzt ein Mensch mit Ethik, Integrität und Aufrichtigkeit bin, muss ich das einsehen und meinen Mund halten. Ich kann ja ruhig an meinen Gott glauben. Ich kann beten, fasten, spenden und siebenmal um einen schwarzen Stein laufen. Aber ich muss doch nicht durch die Gegend laufen und Leute betrügen mit meinen Lügen und Verdrehungen. Immer wieder wird betont, dass jeder mitreden kann und ein Argument, wofür auch immer, vorbringen kann. Nur in der Realität sieht das dann so aus, dass Leute, die Ahnung vom Islam und den Texten haben und nicht immer nur Maschallah schreien, sofort blockiert werden. Sogar meine geschriebenen Kommentare werden geblockt. Und der Moderator sagt immer wieder, dass alle mitmachen können und sollen. Nur eben nicht die, die unbequeme Fragen stellen können. Der Koran sagt als Kommando den Muslimen, dass sie nicht lügen sollen, dass sie wahrheitsgemäß antworten sollen und auf die bestmögliche Weise zu überzeugen haben. Dass sie nicht über Sachen sprechen sollen, von denen sie keine Ahnung haben und wenn sie etwas nicht wissen, fragen sollen. Super! Ist das denn so schwer? Der Typ bringt dann ein Konzept ins Spiel, die islamische Fitra. Das ist eine Behauptung, dass Menschen prädisponiert sind, an Götter zu glauben. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr wie viele, Artikel geschrieben, Videos aufgestellt, in denen ich nicht nur zeige, dass die Behauptung ungerechtfertigt ist, sondern dass sie falsch und sogar das Gegenteil davon ist. Der meistzitierte Autor, ein Justin Barrett, hat seine Behauptung mittlerweile revidiert und zurückgezogen. Aber das interessiert unsere Dauer-Heuchler aus Österreich nicht. Die machen tapfer weiter, obwohl sie ganz genau wissen, dass die Behauptung falsch ist, weil ich es ihnen ja auch vor einiger Zeit mal gesagt habe. Da ich mich als Erklärer und Aufklärer sehe, recherchiere ich gründlich, bevor ich etwas behaupte. Eben weil ich aufrichtig bin und Integrität mir wichtig ist. Weil ich mich schämen würde, wenn ich beim Lügen ertappt würde. Den Islam-Opologeten hier scheint das aber völlig schnuppe zu sein, dass ich ja im Namen Allahs lügen und betrügen. Und dem ist es ja egal, weil es ihn ja bekanntlich nicht gibt, solange dies keiner demonstrieren kann. Was mache ich denn jetzt mit meinem Wissen? Also ich stelle erst mal höflich Fragen, um sie dann langsam hinzuführen und damit sie dann die fehlerhafte Argumentation selber merken. Da ich aber sofort geblockt werde, mache ich eben das Naheliegende jetzt und wende mich per Videobotschaft an alle, die etwas Wahrheit, Fakten und Realität vertragen können und dies auch wollen. Ich werde jetzt mal ein paar Videos dieser Islam-Opologeten unter die Lupe nehmen und sehen, ob sie immer noch so unehrlich sind und was sie so vorbringen und das dann in kleinen Häppchen als Playlist präsentieren, damit es jeder sofort nachvollziehen kann. Und damit hoffe ich, sowohl Muslimen als auch Nicht-Muslimen zu helfen, damit jeder einfacher entscheiden kann, was Wahrheit und was Täuschung ist. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Danke dann und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020